Okay, wenn wir noch mal laden. Ha, versteht alles jetzt gar nicht hier. Was ist jetzt passiert eben? So, ich muss jetzt da hinlaufen. Okay. Jetzt wurden wir wieder ein bisschen angeschlagen. Okay, ich verstehe jetzt nicht so ganz, ja. Muss ich mich wieder heilen? Ich kann jetzt auch hier Lex gar nicht benutzen. Was soll das? Wieso kann ich mich hier und her suchen? Um zu sehen, ob ich sie mal neu befehligen könnte oder so. Das geht nicht. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung warum. Und dann kann ich ihn da lang genug durchhalten. Dann soll ich den Weg wieder regenerieren. Ganz verstehen tue ich das echt nicht. Ist noch funktioniert. Lex wird zwar immer angegriffen, aber ich kann jetzt vielleicht nichts mit ihr machen, wo ich sie nicht sehe, also... Was soll das denn heißen? Wo sind die Mutanten? Was soll das denn? Was ist jetzt passiert? Haben die Scharfschützen jetzt gegen dich gewendet oder was? Das verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig jetzt. Offenbar hat jetzt vielleicht Lex die irgendwie so abgelenkt, dass sie dann... Keine Ahnung, das ist merkwürdig jetzt, aber... Na gut, soll mich auch nicht stören. Ein bisschen merkwürdig finden die das trotzdem. Hä? Ja, wir sind zurück und hä? Ich verstehe das jetzt alles gar nicht. Warum sind sie jetzt plötzlich wieder befreit worden? Ich war ja eben unter Einfluss, glaube ich, von diesen Kultisten, die von ihren Erfahrungen rumwedeln. Warum ist das plötzlich jetzt nicht mehr der Fall? Was ist passiert? Jemand ne Ahnung? Ich, ich glaube, ich muss den Kinder sehen. Ich glaube nicht, was hier los ist. Ja. Was ist los? Was passiert hier? Ja, Sir. Ja, Sir. Good idea. Gehen wir mal da hin und gucken, was hier passiert. Hä, ich verstehe alles nicht. Ich habe keine Probleme. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Genocide. Kug sie. Kug sie. Kug sie. Kug sie. Kug sie. Kug sie. Aber nur wenn die Realität bedeutet. Natürlich. Je denn wichtig. iasmma. Kug sie. Das ist so schön und ich verstehe das alles nicht. Was soll das werden? Das hätte ich es? Ich habe keinen Plan wie immer. So, haben wir da noch eine komplette Gruppe. Dann kann man den mitnehmen. Aber er kann da mit mit und den zwei Soldaten. Und jetzt? Wo muss ich hier hin? Okay, jetzt bin ich hier und ich habe keine Ahnung was ich machen muss. Diese Mission läuft ein bisschen eigenartig. Was habe ich jetzt gemacht? Da habe ich die Loyalität bewiesen. Wenn man das nicht macht, sind wir eigentlich dann feindlich oder so. Gut. Ja. Ganz merkwürdig. Gehen wir mal wieder zurück. Dann kann ich eh nirgends wo hin. Ich glaube ich nicht. Da. Okay. So. Muss ich jetzt da hin? Da. Immer da lang. Keine Ahnung. Ich habe keinen Platz in Schimmer. Was ich noch. Was ich machen. Hier gibt es keine Markierung. Dieser Mission. Sonst wird einem Spiel alles vorgekaut. Wo man hingehen muss und so weiter. Und hier. Gar nichts. Ich weiß nicht was los ist. Wir haben beschossen. Das gefällt mir nicht. Ich bin nervt. Ich kann jetzt nicht weiter. Ich hatte hier. Gut. Wenn ich jetzt weglaufen. Und jetzt stirbt in die andere Richtung halten. Kann das nicht funktionieren. Ja. Alter mein ich. Wenn man die laufen. Dann können sie auch einfach schießen. Auf alle was sie bewegt. Und man kann keine Feinde bestimmen. Die wir schießen sollen. Ja. So. Machen wir mit den Dingern. Kann ich auch nix. Achso. Was ist das denn? Was zur hell ist das? Wie so. Die Sentinel Truppen. Wo sind wir überhaupt gelandet? Ah. Noch mehr von denen. So. Wo. Okay. Oh. Oh yeah. Folgen. Was zum Teufel. Ich geh hier. Oh. Was zum Teufel. Was ist das hier? Wo muss ich denen hinterherlaufen? Okay... Laufen die nach oben hin? Mal gucken ob wir die auch finden, hä? Wo muss man da lang laufen sein? Ah, da gehts auch weiter. Ah, guck mal an. Was denn so für so ein Rumpfer hier? Wo müssen wir hin und was machen wir überhaupt? Was wollen wir hier? Warum müssen wir denn jetzt folgen? Wohin? Also diese ganze Mission sagt mir irgendwie gar nichts. Funktionen dort total eigenartig. Plötzlich haben wir einen Missionsziel erreicht, wo ich gar nicht weiß warum. Hä? Was zum Teil wildes Spiel von Miyake? In dieser Mission weiß ich das nicht. Oh... Okay, alle mal hier rein und was nun? Und jetzt hin? Wo sind die Leute abgeblieben? Da sind sie. Ah, hier sind sie. Auf beide Seiten. Wir können nicht die Transporte verlieren. Wir können nicht den Transporte verlieren. Geht die toxischen Umstände außen. Ja, ach da... Giftige Umstände. Ja. Oh, die ganz großen Gruppen hier. Was ist denn das denn hier? Ah, die Zwerbergruppe, bitte? Das hat nicht ein Problem, na klar. Ja. Wir machen's. Okay. Okay, was sagt mir das jetzt alles hier? Was ist denn ein Transporter? Hä, was ist das hier? Laut Oh Oh Well Get back pavement Oh So What is that? Well then I 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